Hey ho meine Schnitzel und herzlich willkommen zu einem super tollen Learn your ABC Swiss Peter's Striptease Quiz Wie man sieht, ist es von Peter Ich weiß nicht, ob man das hier, man sieht es Hier Peter, jeder sollte Peter kennen Und ich hätte Musik einbetten sollen Aber das kann ich noch später über YouTube regeln Ha, und über Mediakraft oder was auch immer Auf jeden Fall Die haben immer solche richtig Abgefuckten Spiele, will ich meinen Und ja, hier zum Beispiel Breast Not Animal Tests Und ja, dann hier Der Peter Striptease Ist Peter's Striptease Quiz Ich habe schon vorgesorgt Weil es etwas Oh, es gibt sogar Musik Aber ein bisschen Und ein bisschen noch viel leiser Ist mir immer noch zu laut Ich will lauter sein Ja, auf jeden Fall Ich habe vorgesorgt Falls irgendetwas passiert, was man nicht sehen darf Ich muss das noch ein bisschen Regen Aber ich lasse das jetzt erst mal In sechs Jahren Ich habe eine unspäte dog Und ihre offspring Can Ganz viele Puppies Wow, ich bin gut Ja, eine unspänte cat und ihre offspring Can't produce 500 cats in 5 Jahren Oh schade 7 Jahren Oh Ja, ich bin gut Durchschnittlich 70.000 Puppies And Kittens Are born in the United States Every Day Oh Oh Female cats and dogs Can be safely spayed At The age of Legal content Oh, schade Innocence Two years Eight weeks The best The best The best The best The best How can we Den am Best Helfen I would Sagen Ja Der Preis Ist Richtig Gucken The price Is right Not Shop At Pet Stores Oh Yeah According to Recent Between Six and Eight Million Dogs And Cats Hmm Are only Pretending Not To Be House Broken Or Entern Oh 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 Every Year Nearly Half The Dog And Cats And Animal Shelters Must Be Spayed Unnutrived Pester Is Is Yeah Ich bin Gut Ich bin Gut Leute At Some No Kill Shelters Un Unplaceable Animals Are Ja Natürlich Kommunisten Propaganda Das Immer Confined To Cages For Years Plotting The Escape When No One's Looking Frost Watch Return Das Och schade Das Schade Oh Adopting an Animal From Animal Shelter Is An Extremely Important Part Of Animal Birth Control Which Of The Following Definitely Is Das All Ich Mach Vorsichtshalber Mal Das Drüber Peter Has Compared American Kennel Club AKC To The KKK What Was The Purpose Of This Comparison To Make The Par The Grocer Yeah To Disco Rass The Ho 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 To Reminds The Public that Hmm Wow Yeah Okay Ich kann es euch zeigen Das ist 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 Schön Ich Kann es euch Zeigen Wow Jo, dann würde ich sagen, was ist das mit diesen kurzen Videochen und ach komm, hängen direkt das nächste Spiel dran, das hier. Play. Ja, Brüste, ist das ernsthaft das, was ich machen soll? Nicht dein Ernst? Ich habe mir den Text nicht durchgelesen, aber wenn das das ist, was ich machen soll, alter. Ist doch ein bisschen behindert. Oh, fuck. Jo, ich soll das machen. Was ist das für ein Spiel, alter? Was denkt sich die Peter da aus? Denkt ihr, ich schaffe das noch sechs Minuten lang? Ich weiß nicht. Äh, vier Minuten meinte ich. Zehn Minuten Videos sind schön. Pew, 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 pew. Pew, pew, pew. Pew. Pew, pew, pew. Pew, pew, pew. Pew, pew. Wow, dieses Kommentary. Pew, pew. Echt grandios muss ich sagen. Das Spiel ist mir noch zu einfach. Wird mal schwerer. Bitte spiel ich. Was soll mir das bringen? Mir Brüste entziehen. Oh, da hab ich was gemisst. Mir Brüste ins Hirn implantieren oder was? Ich versteh den Sinn dahinter nicht. Ich versteh das nicht. Jetzt wird's langsam schwer. Aber so ein Profi wie ich. Wird damit auch fertig. Dass ich was wirklich schaffe, Alter. Gibt's hier ein Ziel oder so? Äh, oah, kacke. Harien gemisst. Das wird echt schwer. Muss ich ja zugeben. Oh, fuck it. Alter. Ich muss mich grad so hart konzentrieren, glaubt ihr gar nicht. Wie schnell wird denn das? Tja, ich würde sagen, das war's mit diesem Video. Wenn's euch gefallen hat. Und wenn's nicht, dann halt nicht. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Joa, wenn's euch gefallen hat, lasst noch eine Bewertung da. Und wenn nicht, dann halt nicht. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Wow. Ciao.